Okay, dann gibt es vielleicht noch etwas, wo du die Stöckelschule auch gehabt hast. Vielleicht im Regierungsbüro bei Rudi Anschober, da hast du einmal gearbeitet, oder? Genau, ganz, ganz. Wie ist es denn gekommen? Damals wurde das Regierungsbüro überhaupt gegründet. Und ich kam durch einen Trainingspartner, mit dem ich Krafttraining gemacht habe, und der war ein Grüner, der hat mich dorthin vermittelt. Und da war ich zweieinhalb Jahre insgesamt. Was war denn deine Aufgabe? Toller Chef, ich war im Sekretariat, toller, top, top, top Chef, muss ich sagen, der Rudi. Politisch war ich niemals interessiert, bin bis heute nicht interessiert an der Politik. Aber er als Mensch, und das hat für mich gezählt, der war top, Wahnsinn. Kann ich nur sagen, Respekt vor dieser Person. Was er jetzt politisch macht, interessiert mich gar nicht ganz ehrlich. Ja, ist einmal gut, also man wäre so, weil Politik wird immer geschimpft. Ah, über einen Chef, das muss ja mal ein Chef verdienen, dass seine Mitarbeiter so über ihn denken. Oder ehemalige Mitarbeiter. Und da muss ich sagen, also jeder, der über den schimpft, bitte, wirklich. Die kennen wir wahrscheinlich nicht. Nein, und das ist echt nicht korrekt. Weil der ist Hut ab für diesen Menschen, wirklich. Okay. Interessant. Interessant. Vielen Dank.